Kommen wir nun zu einer weiteren wichtigen Frage, auf die ich gerne antworten möchte, die mal wieder aus der Community kam. Und zwar die heutige Frage, welche ich jetzt beantworten möchte, ist auch wieder eine sehr, sehr große Frage und ich versuche sie wirklich einfach zu beantworten. Und zwar, ist Bitcoin nicht extrem umweltschädlich? Wenn ihr auch normale Medien konsumieren solltet oder einfach ein bisschen so die Augen offen habt im Internet, dann werdet ihr sehr schnell auf sehr negative Beiträge stoßen in Bezug auf Bitcoin, dass Bitcoin sehr umweltschädlich sei. Und ob das so ist oder nicht, hatte ich ja schon so ein bisschen angeteasert, natürlich in den letzten Videos, die wir uns natürlich angeschaut haben alle zusammen und auch so ein bisschen Bitcoin natürlich besprochen haben. Man kann sich schon denken, in welche Richtung das Ganze jetzt gehen soll, aber wir möchten es wirklich noch mal etwas ausführlicher besprechen, auch mit einem wirklichen Beispiel, ob jetzt Bitcoin umweltschädlich ist und die Welt vernichtet oder doch wirklich gute Lösungen am Ende bieten kann. Also starten wir rein. Wir wissen ja, das Ganze ist ein thermodynamischer Prozess. Energie kann nie verloren gehen, sondern immer nur umgewandelt werden, zumindest in einem geschlossenen Konstrukt. Und die Erde ist ja fast ein geschlossenes Konstrukt. Deshalb bedeutet, wenn wir Strom benutzen, um damit zum Beispiel zu meinen und der Strom am Ende in Wärme umgewandelt wird, ist am Ende nicht die Wärme komplett weg oder einfach nur noch die Hälfte an Energie oder wie auch immer, sondern es wird eigentlich mehr oder weniger 1 zu 1 umgewandelt und die Energie wechselt eigentlich nur ihren Zustand in eine andere Energieform. Und die Energieform haben wir uns ja im Modul 1 eben angeschaut. Und jetzt ist immer die Aussage von den ganzen Ökonomen oder von der ganzen Kritik, die halt da kommt, dass ja Bitcoin sehr umweltschädlich sei, weil wir sehr viel Strom dafür benötigen, also diese thermodynamische physikalische Absicherung von Energie und Zeit. Und warum denken wir das? Weil wenn wir an Strom denken, dann denken wir natürlich an Kohle, dann denken wir an schädliche Atomkraft, dann denken wir an Fracking-Gas und wie sie nicht alle heißen. Und ja, diese Dinge können unter anderem umweltschädlich sein, aber man muss halt am Ende schauen, ob dieser Strom auch wirklich benutzt wird oder ob nicht anderer Strom benutzt wird. Weil das Problem an Kohle, an all diesen Energieträgern ist, dass sie sehr teuer sind. Und wir haben ja gelernt, dass Bitcoin Strom braucht, der günstig ist, damit sich das Ganze ökonomisch lohnt. Und meine immer diesen ökonomischen Anreiz verfolgen. Das bedeutet, was wir tatsächlich sehen, ist, dass die erneuerbaren Energien eher genutzt werden, weil halt da das Ganze kostengünstiger ist am Ende oder der Strom kostengünstiger ist. Und natürlich gibt es Miner, die auch fossile Brennstoffe nehmen. Es gibt zum Beispiel Länder, da werden fossile Brennstoffe subventioniert, damit der Strom günstig bleibt. Und dann lohnt es sich unter anderem auch für Miner, diesen Strom zu nutzen. Würde man aber einen freien Markt haben, dann würden sich wirklich nur erneuerbare Energien ja wirklich lohnen, was wir einen Großteil auf der Welt schon sehen. Dazu kann ich auch mal etwas unten jetzt verlinken, also wo ich diese Informationen eben herhabe, zumindest ein Teil dieser Informationen herhabe. Und da sieht man auch, dass einfach erneuerbare Energien immer, immer wichtiger werden. Und schon mittlerweile stand 2023, um die 60% vom Bitcoin einnehmen, also dass 60% der Energie aus erneuerbaren Energien kommen. Und zudem, wenn man dann eben diesen Strom umgewandelt hat in Wärme, kann man diese wieder nehmen, um am Ende zum Beispiel zu heizen oder Abfallprodukt, klar, Bitcoin kommt raus. Aber man kann diese Wärme auch wieder nehmen, um wieder neue, nutzbare Energie zu formen, sage ich mal, um wieder andere Dinge anzutreiben. Also man kann das Ganze wirklich immer wieder nutzen, weil das Ganze wie ein Kreislauf ist. Und das könnten wiederum Unternehmen, Regierungen, Haushalte für sich nutzen, um sich entweder ökonomisch zu bereichern, klar, wenn man jetzt zum Beispiel Bitcoin bekommt und es dann verkauft oder wie auch immer, oder man kann das Ganze zum Sparen benutzen, weil man eben das Ganze effizienter nutzt, effizienter gestaltet und dadurch halt gewisse Möglichkeiten hat. So, da ist jetzt erstmal so viel dazu, aber es gibt noch einen ganz, ganz anderen wichtigen Aspekt. Und zwar, wenn wir uns jetzt ein genaues Beispiel anschauen, jetzt hier von Texas, also von den USA, da sehen wir, dass Bitcoin Mining schon relativ viel genutzt wird. Und das ist jetzt hier eine Skala, wie denn das Ganze genutzt wird. Weil eine häufige Aussage ist, dass, ja, wir als Miner den anderen Leuten den Strom wegnehmen. Aber das ist nicht wirklich der Fall, sondern was wirklich der Fall ist, das sehen wir jetzt hier unten in dieser kleinen Skizze, was jetzt hier wirklich der Fall ist, wenn der Strom wirklich benutzt wird, zum Beispiel für Klimaanlagen. Also hier sieht man, das Schwarze ist jetzt, dass der Strom, der benutzt wird, beziehungsweise der Strompreis. Da sehen wir jetzt hier, dass zwischen 9 Uhr und eigentlich so 20 Uhr am Abend, klar, hier der Preis relativ hoch ist, weil halt da wirklich viel Ausschlag ist, weil die Leute da viel Strom brauchen für die Klimaanlagen und alles drum und dran. Aber hier die gestrichelte Linie, wo ist sie jetzt? Genau, hier diese gestrichelte Linie, das ist hier das Mining, aber genau zu dem Zeitpunkt runterfährt, weil es sich einfach da nicht lohnt. Und dann eher in dieser Nachtphase wieder ansteigt. Und erneuerbare Energien haben halt das Problem, dass sie halt nicht gut reguliert werden können, wann sie wie viel Strom produzieren, weil sie halt vom Sonnenlicht oder von der Wasserkraft oder vom Wind oder oder halt abhängig sind. Bedeutet, ganz oft kommt es halt vor, dass zu viel Strom produziert wird und das Netz, das Stromnetz verfolgt hat eine gewisse Frequenz und die darf nicht überschritten oder nicht unterschritten werden. Und wenn sie halt überschritten wird, weil halt zu viel Strom produziert wird, gibt es halt nur die Möglichkeit, entweder man lässt die Energie wieder ab, einfach so in die Umwelt wieder zurück, oder man nutzt das Ganze, zum Beispiel für Mining, um das Netz am Ende zu stabilisieren, dass es nicht überfordert ist oder irgendwie einstürzt. Und das ist halt eine Technologie, die man jetzt hier in einem wirklichen Beispiel in Texas schon sehen kann, wie das Mining des Stromnetzes stabilisiert, unterstützt und nicht Strom wegnimmt, sondern es halt dann nutzt, wenn es halt wirklich günstig ist und es ist halt nur günstig, wenn es nicht viel genutzt wird, ohne dass es keine anderen Abnehmer gibt. Und klar, man könnte jetzt sagen, ja, aber können wir das nicht irgendwie anders speichern, den Strom und dann irgendwie zum späteren Zeitpunkt abrufen, und dass wir es für wirklich wichtige Dinge nutzen können und nicht für das blöde Mining. Ja, könnte man sagen, Problem ist einfach nur, es gibt solche Technologien noch nicht wirklich. Es gibt zwar gute Ansätze, gute Vorschläge, die aber nicht überall umsetzbar sind, unfassbar teuer sind, dann andere große Nachteile haben, so wie Wasserstoff und, 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 und die vielleicht erst in 20, 30 Jahren kommen. Ja, doch, es gibt theoretisch Alternativen, denn praktisch ist das halt einfach unfassbar schwierig umzusetzen und halt einfach nicht überall möglich. Da kommen wir halt zum Thema Bitcoin und Mining und das hat halt unfassbar viele Vorteile. Erster Punkt ist zum Beispiel, wir sind hier sehr flexibel in der An- und Ausstellung. Also wir können ganz flexibel an- und ausstellen das Ganze, wir müssen es nicht mindestens drei Wochen laufen, damit es sich irgendwie lohnt und dann mindestens so und so ein paar runterfahren, hochfahren und, 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 und. Wir können das innerhalb von ein paar Sekunden an- und ausschalten. Dann, wenn wir es halt einfach brauchen. Wir sind ortsunabhängig. Man kann das Ganze zum Beispiel in Containern verpacken, kann das easy mit einem Gram, mit einem Flugzeug, mit einem Schiff, einfach dorthin liefern, wo man es halt einfach braucht. Und dadurch, dass es relativ klein, leicht und kompakt ist, kann man es halt überall hinstellen, auch wenn man zum Beispiel nicht so viel Platz hat oder einfach an jedem Ort der Welt, auch in sehr hohen Gebieten zum Beispiel. Dann hat man halt die Möglichkeit, dass man das Stromnetz vor der Überlastung halt eben schützt, weil erneuerbare Energien einfach das Problem haben, dass sie manchmal zu wenig, aber oft auch zu viel Energie produzieren und unser Stromnetz halt so empfindlich ist, dass es halt einfach nur eine konstante Frequenz halt eben haben kann und nutzen kann und sobald es halt zu viel wird, würde das Stromnetz halt kaputt gehen und deswegen, ja, verkauft man das halt irgendwie teuer ins Ausland, also mit Minus sozusagen oder man gibt es halt wieder in die Umwelt zurück und, und, und. Also, man hat halt da nicht so viele Optionen und hier kann halt Mining die Optionen bieten, dass man sagt, okay, ja, wir können den Strom, diesen überproduzierten Strom, für etwas Sinnvolles nutzen, für einen ökonomischen Anreiz, um ein Netzwerk zu sichern, was das sicherste der Welt ist und unfassbar viele Möglichkeiten hat und das alles revolutionieren kann. Dann ist es einfach in der Umsetzung. Ich meine, am Ende muss man kein Harvard-Experte sein oder irgendwie Informatik studiert haben oder was weiß ich. Man kann sich einfach Mining-Geräte kaufen, das Ganze anschließen. Man muss sich dafür davor natürlich informieren, aber das ist mittlerweile unfassbar einfach und dann kann man mit einem Knopfdruck eigentlich schon starten. Es gibt diese Plug-and-Play-Lösungen, das ist alles möglich und dann kann es eigentlich schon losgehen. Also wir sehen, das Ganze ist unfassbar schnell umgesetzt, es hat unfassbar viele Vorteile und im Praxisbeispiel, zum Beispiel in Texas, kann man das Ganze wirklich sehen. Ich werde diese Studie zu Texas unten natürlich verlinken, da kann man sich das Ganze anschauen. Da gibt es jetzt eine sehr umfangreiche Studie von der größten Universität der USA, soweit ich jetzt weiß, gibt es diese Studie. Die könnt ihr euch gerne mal durchlesen, die sind nämlich auf diese interessanten Fakten eben gekommen. Also das ist nicht hier alles aus meiner Feder, habe ich mir nicht irgendwie zusammengesponnen, sondern das ist hier auch wirklich mittlerweile belegbar. Und einen Vorteil gibt es noch, den ich euch natürlich nicht verheimlichen möchte, und zwar ein thermodynamischer Vorteil. Und deswegen haben wir auch am Anfang das Thema Physik durchgenommen, um jetzt so etwas zu verstehen, um genau solche kritischen Fragen eben zu entkräften. Und zwar Energie wird nicht weniger. Das haben wir ja gelernt im ersten Modul, dass Energie nur umgewandelt wird und nicht weniger wird. Und zum Glück gibt es so etwas wie die Thermodynamik, die uns dafür schützt, dass nicht ein einziger Energiemonopol entsteht und zum Beispiel wieder ein einzelnes Land sich das gesamte Bitcoin-Mining aneignen könnte und die anderen Länder komplett gar keine Energie mehr haben oder gar nichts haben. Das ist zum Glück eben physikalisch nicht möglich. Das schützt uns wieder die Physik, das schützt die Physik wie der Bitcoin. Das ist wieder dieser Rückenwind, den wir eben haben. Und warum ist das Ganze so? Einerseits die Atomanzahl, also die Energie ist immer abhängig von der Atomanzahl, von der Geschwindigkeit, mit der sich Atome bewegen, von der Größe, also von der Teilchengröße, von der Verteilung, vom Aggregatzustand, von der Rotation, von Schwingungen. Und da man nicht die Möglichkeit hat, alle Atome, alle Teilchen, alle Aggregatzustände, alle Rotationen, alle Schwingungen, alles, was wir einfach mit Energie in Verbindung bringen, an einem Ort zu lagern, sondern immer sich wieder verteilt, sobald es sich zum Beispiel umwandelt in zum Beispiel Wärme, dann steigt es auf, wird zur Lage Energie, es bilden sich zum Beispiel Wolken, Wolken verteilen sich und, und, und. Weil sich das immer über den ganzen Planeten, über dieses ganze geschlossene System verteilt, ist es nicht möglich, die gesamte Energie an einem Ort eben zu bündeln. Klar, man kann sagen, okay, es gibt einen Ort, wo es mehr Ölressourcen zum Beispiel gibt, es gibt einen anderen Ort, wo es mehr Sonne gibt, wo man zum Beispiel mehr Solar nutzen kann, aber am Ende gibt es, ja klar, unterschiedliche Energieformen, aber der Energiewert, der tatsächliche Energiewert, der verteilt sich immer relativ gut und deshalb ist es an jedem Ort der Welt theoretisch möglich, Energie zu nutzen. Es muss halt einfach mehrere Möglichkeiten geben, diese Energie halt auch brauchbar zu machen. Und da kann halt vor allem, bei diesen neuerbaren Energien, halt Bitcoin eine Unterstützung sein, wenn zum Beispiel zu viel Energie produziert wird, um es zum Beispiel nicht anderen wegzunehmen. Aber man kann es natürlich auch einfach so nutzen, um das Netzwerk einfach wirklich fundamental abzusichern, weil man an das Ganze glaubt, weil man einfach sieht, das ist das sicherste Netzwerk und es hat unfassbar viele Möglichkeiten und wir als Menschen bekommen wieder die Macht. Also es ist halt ein sehr, sehr, sehr großer, umfangreicher Kreislauf, der nicht einfach so mit einer Antwort beantwortet werden kann, sondern man muss eben das große Ganze betrachten. Deswegen hatte ich ja die Ausbildung auch so aufgebaut, dass man wirklich viele Themen hat, weil es ein multidisziplinäres Thema eben ist. Gut, jetzt könnte man aber noch sagen, ja okay, Bitcoin ist vielleicht nicht umweltschädlich, Bitcoin unterstützt vielleicht auch irgendwo das Ganze, ist alles ja schön und gut, aber am Ende tut ja unser Fiat-Geld, also der US-Dollar, ja die Umwelt auch nicht schädigen. Unser Euro tut die Umwelt auch nicht schädigen und all diese anderen Währungen ja theoretisch auch nicht, weil sie ja nicht mit Energie und Zeit wirklich gedeckt sind, sondern man kann sie einfach so mehr oder weniger erschaffen und dadurch brauchen sie auch nicht so viel Rohstoffe und alles drum und dran und schädigen ja nicht die Umwelt. Und genau das möchten wir uns jetzt anschauen, beziehungsweise erst müssen wir ganz kurz den Preis natürlich anschauen. Und zwar, wenn wir hier den Dollar haben, okay und das Ganze jetzt natürlich mit einer niedrigen Zeitpräferenz betrachtet, das ist ja sehr wichtig, also über einen langen Zeithorizont, dann sehen wir, dass 1971, wenn wir davon ausgehen, dass da ein Dollar wirklich ein Dollar war, sehen wir, dass bis zum Jahr 2023, also bis dieses Jahr, wir eigentlich nur noch 10% an Kaufkraft haben. Also es bedeutet eigentlich, dass jetzt ein Dollar nur noch 10 Dollar Cent wert ist. Also wir haben eigentlich 90 Dollar Cent an Wert verloren, an Kaufkraft über die letzten 50 Jahre, beziehungsweise, ja, bisschen, bisschen mehr. Und wir sehen jetzt hier, dass das eigentlich unfassbar tragisch ist, was eigentlich passiert ist seit 1971. Man denkt so, okay, man hat vielleicht einfach den Dollar Standard getrennt, aber die Zentralbanken halten ja immer noch irgendwie Dollar Reserven irgendwo, das ist ja alles schön und gut, ist ja gar nicht so schlimm, aber wenn wir uns mal anschauen, wie eigentlich das Ganze exponentiell gestiegen ist, beziehungsweise abgefallen ist, also die Preise gestiegen und der Wert abgefallen ist, dann ist das wirklich sehr, sehr erschreckend. Und wenn wir das Ganze natürlich auf eine kurze, auf eine sehr hohe Zeitpräferenz sehen, dann kommt es uns vor, dass der Dollar, der Euro, boah, ist doch super konstant. Ich meine, vor 10 Tagen hatte ich 10 Euro und jetzt habe ich immer noch 10 Euro und ich bekomme immer noch irgendwie 20 Äpfel im Supermarkt, das ist doch völlig cool, das ist doch alles okay, ich verstehe jetzt gar nicht, was hier das Problem ist, Bitcoin ist doch viel volatiler, das ändert sich tagtäglich der Preis. Aber wenn wir mal wirklich das Ganze aus einer niedrigen Zeitpräferenz betrachten, dann sehen wir, dass eigentlich der Dollar das Volatil ist, dass der Dollar eigentlich abfällt und es keinen ökonomischen Aspekt oder Anreiz gibt, dass das Ganze wieder steigt, es fällt eigentlich kontinuierlich und ich sehe auch kein Ereignis, kein Mechanismus, der das Ganze wieder umdreht, vor allem seit 1971, das Ganze nicht mehr mit wirklicher Physik eben gedeckt ist. Wenn wir jetzt hingegen den Bitcoin-Preis uns anschauen, dann sehen wir, dass klar das Ganze sehr niedrig gestartet hat 2009, das Ganze beginnt jetzt hier bei 2011, aber es eigentlich kontinuierlich nur nach oben ging und das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr weit rausgesumte Perspektive. Wenn wir reingehen, dann sehen wir, dass es wirklich noch viel extremer ist, dass es wirklich immer nur nach oben ging mit einer niedrigen Zeitpräferenz. Natürlich, sobald man mindestens vier Jahre Zeit hat und nicht immer tagtäglich darauf angewiesen ist, sehen wir, dass das Ganze immer nur gestiegen ist, weil es halt diese ganzen Eigenschaften hat, die wir uns halt eben jetzt schon angeschaut haben. Klar, mit einer sehr kurzen, also mit einer sehr, also wenn man es ganz aus einem kurzen Zeitraum betrachtet oder mit einer sehr hohen Zeitpräferenz, dann sehen wir, ja, Bitcoin ist volatil, Bitcoin kann den Preis ändern, ist zwar nicht mehr so extrem wie früher, aber klar, es ist volatil. Es wird zwar immer weniger volatil, weil immer mehr Leute in den Markt kommen, es immer mehr Netzwerkeffekt hat, immer mehr Teilnehmer und, und, und und irgendwann wird Bitcoin auch wirklich sich sehr gut stabilisieren, aber es hat halt diese deflationären Züge, dass wenn halt alles sich ausweitet, wenn sich der Dollar ausweitet, wenn sich der Euro ausweitet, oder, 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 das halt, und das halt auf ein limitiertes Gut trifft, so wie Bitcoin, ist eigentlich keine andere Wahl, halt als langfristig zu steigen, weil halt alles irgendwo effizienter gestaltet werden kann, aber Bitcoin halt immer, ja, sag ich mal, diese Konstante in der Physik bleibt und dadurch halt es eigentlich, ich will jetzt hier nicht spekulieren, alles drum und dran, aber nur im Preis steigen kann oder halt eben scheitert und auf Null geht, viele anderen Möglichkeiten sehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Und wenn wir jetzt wissen, okay, wir haben jetzt einen Dollar, der wirklich nur am Fallen ist, wir haben einen Euro, der nur am Fallen ist, und wir dadurch wissen, durch diese Inflation, die natürlich da vorangeht, dass Sparen etwas Schlechtes ist und das sich in unseren Köpfen so etabliert hat und jeder, egal ob er es bewusst oder unbewusst weiß, merkt und spürt und natürlich auch Unternehmen, Regierungen und Haushalte merken, was passiert dann natürlich? Ja, dann passiert natürlich eine logische Konsequenz daraus, wenn der ökonomische Anreiz nicht mehr dazu da ist, zu sparen, wenn man bestraft wird, und weil man spart, dann steigt natürlich zum Beispiel so etwas wie die Konsumbereitschaft, weil wenn man merkt, hey, ich kann jetzt nicht mehr sparen, ich kaufe lieber jetzt, weil in zwei Jahren kann ich es vielleicht mir nicht mehr leisten, weil jetzt habe ich noch einen gewissen Wert, ob man es bewusst oder unterbewusst macht, steigt automatisch die Konsumbereitschaft, dann muss man auch ja, mehr spekulieren, also die Spekulationsbereitschaft steigt, weil man halt einfach nicht mehr sicher ohne Risiko sparen kann, man muss anfangen zu investieren und ein gewisses Risiko eingeben, um das Ganze eben outzuperformen, diese vorangegangene Inflation, weil wenn man jetzt einfach seit, keine Ahnung, seit 1971 einfach den Dollar gehalten hätte, dann hätte man halt jetzt einfach 90 Dollar Cent verloren, und weil man das halt nicht will, sondern weil man langfristig, von mir aus, über Generationen, sparen möchte, und eher Wert aufbauen möchte, muss man sich halt Alternativen suchen und immer irgendwo ein Risiko eingehen und viele verlieren leider auch dabei. Dann fördert man damit natürlich Subventionen und Regulierungen nebenzu, weil wenn Leute sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten können, die Armut zum Beispiel steigt, so wie jetzt in Deutschland, und einfach, ja, weil die ganzen Lebensmittel so teuer geworden sind, Miete, Strom, Gas und all diese Sachen, sich die Leute es nicht mehr leisten können, muss natürlich der Staat eingreifen, subventionieren, neue Gelder drucken, sich neu verschulden und neue Regulierungen aufbauen, damit die Leute halt am Ende nicht verarmen und im schlimmsten Fall sogar sterben, und das hat alles, weil die Leute keine Rücklagen mehr haben, weil sie nicht mehr sparen können oder halt auch nicht wirklich gut bezahlt werden, wegen diesen ganzen Problemen des Fiat-Geldes. Und instinktiv sagt uns das unterbewusst, dass Schulden eigentlich etwas Gutes sind, also unsere Schuldentoleranz nimmt immer mehr ab, bedeutet, wir können mittlerweile alles eigentlich auf Schulden kaufen, und sei es jetzt ein Handy, ein Laptop oder, oder, oder. Es gab lange diese 0%-Aktionen im Mediamarkt und wie sie nicht alle heißen, also man konnte sich wirklich extrem leicht verschulden und es war ja nur 1.000 Euro, es war ja nur 500 Euro, es war ja nur 2.000 Euro und, und, und. Und ja, um Immobilien auf Schulden und Auto auf Schulden und alles am besten auf Schulden, weil ja die steuerlichen Vorteile da sind, vor allem zum Beispiel in Bezug auf Autoleasing oder Immobilien oder sowas, ja, sehr positiv Schulden zu machen. Ich meine, ich will ja Steuern sparen, ich will dem Staat ja nicht alles geben, deshalb mache ich lieber Schulden und spare mir dadurch einiges. Dann leidet natürlich die Umwelt darunter, das ist jetzt der Aspekt, auf den wir ursprünglich eingehen wollten, sorry, ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber die Umwelt leidet darunter wegen diesen ganzen Dingen, die wir jetzt oben genannt haben, unter anderem die Konsumbereitschaft. Weil wenn wir gezwungen sind, beziehungsweise ökonomischen Anreize dazu haben, zu konsumieren, dann schädigt das langfristig die Umwelt, überschüttet die Umwelt mit Plastik, mit unnötigen Produkten, mit unnötigen Investitionen und, 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 die vielleicht die Welt nicht wirklich zu einem besseren Ort machen. Beziehungsweise, wenn man weiß, dass Schulden machen etwas Gutes ist, haben viele Unternehmen nicht mehr den Anreiz dazu, darauf zu achten, dass sie 100% effizient sind, sondern sie nehmen sich halt Schulden, um zum Beispiel eine gewisse Effizienz vorzugaukeln. Und die Unternehmen, die wirklich effizient sind, die werden halt vom Markt verdrängt, weil sie zum Beispiel keine Schulden machen wollen und sind eigentlich dann dazu gezwungen, um konkurrenzfähig zu bleiben, auch Schulden zu machen. Und das setzt halt unter anderem, jetzt hier zum letzten Punkt, den freien Markt stückweit außer Kraft. Also muss es nicht, aber wir sehen es zum Beispiel bei uns, dass der freie Markt, dass Preise, was ja eigentlich Signale sind, ausgeschaltet werden durch sowas wie zum Beispiel Subventionen und wir gar nicht mehr wissen, okay, was braucht der Markt wirklich? Nein, es ist eher so, dass bestimmte Leute in den Regierungen, in den Zentralbanken und, und, und eher oder besser Bescheid wissen, was wir brauchen, wie das Geld zu funktionieren hat, wie allgemein Märkte zu funktionieren haben, wie unsere Bedürfnisse sind und darauf hingehend alles anpassen. Und jetzt möchte ich einmal ganz kurz noch auf eine Webseite zu sprechen kommen, die genau diese Thematik einfach aufgegriffen hat und viele Statistiken rausgebracht hat, wo man einfach sieht, was sich alles seit 1971 verändert hat. Ich werde die Webseite natürlich unten verlinken und das ist wirklich erschreckend, weil da sieht man, dass Geld jeden Lebensbereich eigentlich beeinflusst und wenn sich das Geld verändert in der Struktur, in dem Fundament, das auch automatisch Auswirkungen auf jeden anderen Aspekt hat und das auch statistisch gesehen. Denn die Webseite WTF happened in 1971 oder WTF happened in 1971.com die eben hat das Ganze hier sich zur Aufgabe gemacht und aufgelistet und hier sehen wir, wenn ich jetzt hier mal runter scrolle, unfassbar viele Statistiken, alle eben seit 1940, 1950, aber wir sehen, dass vor allem seit 1971 sich die Dinge drastisch geändert haben. Und hier könnt ihr halt einfach mal ja durchschauen, wie und was und wo und was sich eigentlich wirklich geändert hat. Ich möchte jetzt hier eigentlich nur auf eins eingehen und zwar das hier, die Lebenskosten 1971. Hier sehen wir, dass im Durchschnitt ein Haus 25.000 Dollar gekostet hat, das durchschnittliche jährliche Einkommen 10.000 war, 10.000 Dollar und ein neues Auto 3.500 Dollar gekostet hat. Und hier sehen wir halt eigentlich, dass zwei Jahreseinkommen, ein bisschen mehr als zwei Jahreseinkommen, von einer Person gereicht hat, um ein Haus zu kaufen. Und hier reden wir von einem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Hier reden wir nicht von einem Superverdienereinkommen. Also bedeutet, jemand, der zum Beispiel an der Kasse gearbeitet hat oder einfach Schreiner war, einfach einen einfachen Beruf hatte, der hat schon 10.000 verdient und er musste zweieinhalb Jahre sparen, um sich am Ende ein Haus zu kaufen, wenn er theoretisch geschafft hätte, alles zu sparen. Aber wenn die, wenn zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, er noch einen Nebenjob hatte oder die Frau noch gearbeitet hat oder sowas oder der Sohn noch was eingebracht hat oder wie auch immer, wäre das theoretisch möglich gewesen. Wenn wir uns heute mal die Immobilienpreise anschauen, ich dafür muss jetzt keine Statistik aufmachen, und wir wissen, je nachdem, wo man wohnt, man zahlt 500.000 aufwärts in vielen Regionen, vor allem in der Schweiz, da müssen wir, reicht 500.000 vermutlich gar nicht für eine Wohnung überhaupt und wir reden hier von einem Haus. Also ein Haus kostet heutzutage ganz einfach mal eine Million und durchschnittliches Einkommen ist vielleicht bei 30.000, 40.000. Also sehen wir, wie sich diese Kluft unfassbar seit 1971 geöffnet hat und das könnt ihr natürlich auch selber alles nachgoogeln, was die durchschnittlichen Hauspreise sind, was die durchschnittlichen Wohnungspreise sind, was das durchschnittliche Einkommen ist. Wir wissen alle, dass das extrem weit mittlerweile auseinanderliegt und hier sehen wir natürlich noch andere Beispiele oder andere Dinge, wie viel die damals gekostet haben eben und egal, welches Beispiel wir jetzt nehmen, wir sind auf jeden Fall heutzutage Lichtjahre davon entfernt, was das Wert-Dollar-Verhältnis einfach angeht und da sehen wir, dass so eine krasse Veränderung, dass man nicht mehr Energie und Zeit mit dem Dollar eben koppelt, unfassbar große Auswirkungen hat und auf unfassbar viele Dinge und das könnt ihr euch eben auf dieser Website anschauen. Da geht es um das Einkommen, um den Lebensstandard, um so viele Dinge. Also schaut euch diese Website an, ist wirklich super, super interessant. So, ich will jetzt das Video, wie gesagt, gar nicht zu lang machen, es ist schon ein bisschen zu lang geworden. Ich hoffe, ich konnte die Frage eben beantworten, ist Bitcoin umweltschädlich? Ja oder nein? Ich sage eindeutig nein. Es gibt immer noch klar ein Teil der Energie, die reinfließt, die nicht erneuerbar ist, aber das wird sich vermutlich in den nächsten Jahren noch ändern. Ist der Dollar sehr umweltfreundlich? Erstmal auf den ersten Blick ja. Deswegen sagen auch viele, der Dollar kein Problem oder niemand hinterfragt ist. Wenn man aber genauer hinschaut und sieht, was für Auswirkungen das Ganze hat, dann sieht man, okay, der Dollar ist nicht wirklich umweltfreundlich und erst recht nicht umweltfreundlicher als Bitcoin. So, das ist jetzt hier so viel zu dem Thema und so viel zu der Frage. Ich hoffe, ich konnte sie beantworten. Macht euch eure eigene Meinung und wir sehen uns. Bis bald.